hallo wieder leute das video hat sich dazwischen kurz unterbrochen aber ich habe gewonnen ihr habt noch gesehen runde gewonnen und dann das war leicht und dann war aus aber ich habe eine runde geschafft und ich werde es macht echt spaß ich mache noch eine runde leute ich muss echt sagen shop ist ein rufzeichen egal brauche ich nicht extraktion spielen ich spiele direkt noch ein match leute von heute aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so schnell gehen warum ja ich klicke ich drücke zwar auf extraktion spielen aber das match wird nicht gesucht warum geht es nicht egal egal leute wir wollten sowieso fort fort noch zocken mit lachlan machen wir direkt das bewertungs video und es kann sich wieder zwischen ausfallen und abonniert gerne den kanal würde ich mich wirklich freuen alle aufrufe die ich bekomme ihr könnt also bitte abonniert die schallfläche ihr müsst nicht die glocke abonnieren aber glocke aktivieren abonnieren ja genau ihr müsst nicht die glocke aktivieren aber weil wenn ihr die glocke aktiviert dann bekommt ihr alle benachrichtigungen wenn ihr das nicht wollen nur das eine video sie sehen wollt wollt dann könnt ihr trotzdem auf abonnieren drücken dann erhält ihr noch immer nicht alle benachrichtigungen er ihr erhält erst alle benachrichtigungen wenn wenn ihr die glocke aktiviert weil immer wieder so viele spieler von der alten map reden die alte map war einfach zu verbuggt leute und es musste irgendwann was anderes sein die alte map war cool aber ich war auch gespannt auf die neue map aber irgendwie war ich enttäuscht also die alte map war wesentlich besser als die neue map mit tilted und so weiter und so vor leute aber die alte map war einfach cool die neue map ist auch cool und ja ich würde sagen wir machen mit lachland skin die ep herausforderungen die vor einer woche rausgekommen ist fliege also gehe in einem match zu allen orten also du kannst auch ein fahrzeug verwenden das ist egal wir werden das jetzt direkt machen und gleichzeitig machen wir daraus ein lachland skin video und wir sehen uns dann wieder wenn ich den heli geholt habe Tschüß Leute Da-da-da!